Ich bin Manuela Starkmann und du bist bei meinem Podcast Liebe Deine Klarheit. Uns beiden, mir und dem Podcast, geht es darum, dass du mehr Sinn, Spaß, Spirit in deinem Leben hast. Ich habe vor kurzem etwas erlebt, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist jetzt mal echt ein wiederkehrendes Zeichen für ein Thema, das unbedingt in einem Podcast wohnen möchte. Der Unterschied von Meinung zu Toleranz und beziehungsweise Akzeptanz. Sowohl direkt in meinem Leben, als auch wenn ich die große Freude habe, Kommentare zu lesen. Ich spreche jetzt von den aus meiner Sicht unreflektierten Kommentaren. Dann denke ich mir, unsere Gesellschaft hat nicht verstanden, dass man etwas in zwei Bereiche teilen darf, auch wenn beides in einem wohnt. So, wie meine ich das? Jetzt kannst du sagen, Meinung, Toleranz, Akzeptanz, das ist doch irgendwie eins, das sind nur Synonyme, gleichbedeutende Worte für das Gleiche. Nein. Und zwar nicht, weil es mir irgendwie um Duden geht, sondern mir geht es um Frieden in dir und den Frieden, den du hoffentlich mit anderen Menschen hast oder durch diese Folge noch mehr Frieden mit anderen Menschen hast. Weil ich finde, dieses Internet mit dieser Möglichkeit, sich auszukotzen, wie man gerade mal möchte, hat auch einen erzieherischen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Und nebenbei erwähnt, aus meiner Sicht, nicht nur auf junge Menschen, die nur mit dem Internet aufgewachsen sind, sondern, und das erschreckt mich, auch mit älteren Menschen in meinem Alter. Und ich bin draußen aufgewachsen, ohne Wischkästchen. Und wenn ich in einen Bildschirm schauen wollte, dann gab es da nur einen Fernseher und da musste ich fragen, ob ich das darf. Inklusive dem, dass mir draußen sein viel wichtiger war und für mich auch viel schöner, als in irgendwelche Kästchen zu gucken und irgendwelche Leute zu beurteilen. So, aber nichtsdestotrotz, man ist unabhängig des Alters, das ist nur eine Zahl, eine Quantität, nicht davor gefeit, Scheiße in seinem Leben abzuliefern. Und ich möchte gerne die Qualität steigern. Und ich möchte dir gerne etwas zeigen, was in dir ist und wo ich jetzt einfach mal mir erlaube, zu sagen, zu interpretieren, dass dir vielleicht dieser wertvolle Unterschied bis gerade gleich so noch nicht bewusst war. Denk bitte dran, es geht nicht um den Unterschied, sondern es geht darum, was macht das Erkennen mit dir und darauf folgend mit deiner Lebensweise und drittens all deinen Handlungen mit anderen. Es geht um Sinn, Spaß und Spirit. Mit sich selber gut zu sein, weil man seine Einstellung, sein Mindset verändert. Spaß zu haben, das Leben echt wieder leichter zu nehmen. Und Spirit, also echt wieder in seiner Kraft und in seiner Energie sein. Und da ist genau dieser Unterschied unfucking fassbar wichtig. Ich mache es dir an zwei Beispielen deutlich. Und es geht dabei immer um meine Meinung, also was hat es mit mir zu tun und die Toleranz, die Akzeptanz zum Gegenüber. Und du wirst merken, ich habe es jetzt in meiner Vorbereitung sogar mit Smileys gemacht. Das kann mal, in meinen Beispielen ist es so, so sein, dass da ein Smiley mit runtergezogenem Mund bei Meinung ist und bei Toleranz lächelter und umgedreht. Wenn es beides mal das Gleiche wäre, nämlich Hurra oder Irr, dann wäre das Problem des Erkennens nicht so schwer. Aber an dem Beispiel, an diesen beiden Beispielen möchte ich dir ganz einfach aufzeigen, aus welchen Gründen du gegebenenfalls manchmal mit dir und anderen in einer Disharmonie bist. Also, Achtung, ich habe eine, ich habe mehrere, aber ich habe eine ganz wundervolle Herzensschwester. Und wir hätten uns ganz, ganz bald wiedergesehen bei einem Kurs. Und dieser Kurs ist für uns beide ganz wertvoll. Wir haben uns schon drauf gefreut. Wir haben uns drauf gefreut, uns wiederzusehen. Wir haben uns gefreut, da eine gemeinsame Woche indirekt miteinander zu verbringen, also als Kursteilnehmer. Abends vielleicht kann man jetzt auch mal reininterpretieren, noch ein wenig Zeit zu haben, den wundervollen Lehrer Gordon Smith wiederzusehen. Also was, wo wir uns drauf gefreut haben. Und dann kam plötzlich die Nachricht von ihr, dass sie überlegt hat und die Gründe hat sie mir jetzt sogar gesagt, was für mich persönlich nicht mal nötig ist, dass sie sich von dem Kurs abgemeldet hat. Und sie hofft, dass ich das verstehe und nicht, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie es gesagt hat, traurig oder böse bin. Und genau das war der Impuls, wo ich dachte, da mache ich jetzt echt einen Podcast draus. So. Meine Herzensschwester kommt nicht zu dem Kurs, wo wir uns beide drauf gefreut haben. In Kurzfassung ist das Thema. So. Und jetzt Achtung. Meine persönliche Meinung. Und wenn du den Kommentar, die Beschreibung von dem Podcast liest, siehst du auch nochmal, wie ich es geschrieben habe. Nämlich meine Meinung. Da ist immer mein, mein in großen Buchstaben geschrieben. Es sind komplett zwei Unterschiede. A. Meine Meinung ist. Oh schade. Sie ist nicht da. Ich habe mich so auf sie gefreut. Und die Woche. Und das, was wir erleben. Meine Toleranz Akzeptanz ist. Ich verstehe dich. Tu, was für dich in diesem Augenblick stimmig ist. Du hast dir ganz viel hin und wieder, äh, für und wieder überlegt. Und ich kann vollkommen tolerieren, akzeptieren, dass du dich so entschieden hast. Also der Smiley bei meiner Meinung ist jetzt vielleicht der, der den Mundwinkel nach unten zieht, um es einfach bildlich darzustellen. Und beim Tolerieren, Akzeptieren ist es der Smiley, der lächelt. So, damit es nochmal gegensätzlich ist, von den Smiley-Bildchen, Köpfchen, nehme ich ein, ein mir am Herzen liegendes Thema. Eins von den vielen und das ist, sich vegan zu ernähren oder sogar, so gut es geht, nicht nur vegan zu essen, sondern eben auch vegan zu leben. Ich bin 50 und ich habe 43 Jahre gebraucht, mein Wissen, meine Erfahrung umzuwandeln vom Allesesser in ich esse und liebe vegan. Und da ist ein Smiley mit einem Lächeln da. Für mich ist es eine sehr schöne Erfahrung, mich endlich selbst mit der Ernährung auseinanderzusetzen, nicht mehr wieder zu kauen. Ja, aber wo bekomme ich denn meine Proteine her und Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und Milch ist wichtig? Weil ich habe mich nicht selbst drum gekümmert. Ich habe einfach nur gelesen oder anderweitig gehört, gesehen, dass es wichtig ist, tierische Produkte, da schließe ich Fleisch und Fisch immer mit ein, zu essen, weil das braucht der Körper. Und auf einmal mit 43 habe ich mal selbst recherchiert und nicht nur angenommen, was andere sagen, um sowohl rational festzustellen, mit Studien, mit Wissenschaft, das ist totaler, das ist falsch. Und was für mich viel mehr Wert hat, in der eigenen Erfahrung, wie fühle ich mich nach dem Essen, wie ist meine Verdauung, wie ist meine Haut, wie sind meine Haare, wie fühlt sich meine Gesundheit an, meine eh schon hellen Zähne, was verändert sich? Meine Erfahrung war nur vollkommen gut. Also ist meine persönliche Meinung zum Veganismus ein Smiley mit den Mundwinkeln nach oben, der lächelt. Ja, und ich spreche mit anderen Menschen, als Beispiel bleibend, das war jetzt eine Freundin im Vorbeispiel, vielleicht mit einem Menschen. Und der findet vegan total blöd, weil Tiere sind dazu gemacht, dass man sie isst. Es ist gesund, der Mensch braucht zum Leben sowohl Fleisch als auch tierische Produkte wie Käse und Eier. Und zum Muskelaufbau fürs Gehirn, Kinder werden krank. Mein Smiley toleriert und akzeptiert die Meinung des anderen ebenso. Und zwar auch, wenn die nicht meine ist. Darum habe ich dieses Beispiel als zweites genommen, weil ich denke, beim ersten Beispiel kann man vielleicht noch verhältnismäßig gut mitkommen und sagen, ich habe das noch nie so gesehen, dass man es aufteilen kann. Aber okay, man ist vielleicht selber ein bisschen, man findet es schade, aber man versteht den anderen. Hier wird es ja schon heftiger, weil, wie gesagt, die Smilies konträr stehen. Es ist für mich völlig gleichwertig. Ich schreibe das echt nochmal in die Beschreibung rein. Schau dir das in der Beschreibung an. Hör dir diesen Podcast gegebenenfalls nochmal an und fühl da für dich rein. Das ist jetzt mein Bild. Und bitte, es geht nicht darum, ob meine Freundin falsch oder richtig gehandelt hat und ob Veganismus falsch oder richtig ist. Das ist nämlich genau der nächste Punkt. Darum überspringen wir den Unterschied von Meinung zu Toleranz beziehungsweise Akzeptanz so gerne, weil wir mit diesem Stempel falsch richtig rumlatschen. Und da gibt es diese zwei Seiten der Medaille eben nicht, so wie ich es gerade aufgedröselt habe. Da gibt es nur ein falsch oder richtig. Und weißt du, was ich ganz gefährlich finde? Ich glaube, dass falsch und richtig ist oft nicht mal das eigene, sondern man hat diesen Stempel in die Hand bekommen. Ich bleibe jetzt mal beim Fleischessen. Und sobald man hört, es ist einer Vegetarier, Veganer, sprich ist kein totes Tier, kommt da der Falschstempel Puff drauf. Und jetzt sind es nur zwei Themen. Ganz persönliche, wobei vegan ist oft das, was wirklich so viele Leute so wütend macht, wenn sie alles essen, wo ich mir denke, aber ich bin auch nicht wütend, dass du nicht vegan isst. Ich nehme das wahr und ich verstehe es. Ich habe auch 43 Jahre die gleichen Gedanken gehabt. Wie käme ich denn dazu, das jetzt zu verurteilen? Natürlich kann ich das tolerieren und akzeptieren. Und vielleicht wird es bei meinem jeweiligen Gegenüber immer so sein. Aber wer bin ich denn, dass ich da mit einem Stempel und mit einem Vorurteil dann am Schluss, was ich ja auch so süß finde, die entfernen sich am besten selbst aus der Freundschaftsliste bei Facebook. Ich würde Menschen ausschließen, wenn sie sich unhöflich verhalten und zwar bewusst und vorsätzlich, weil man kann zum Beispiel, bevor man einen Kommentar schreibt oder abgibt, nochmal kurz drüber nachdenken. Steht mir das überhaupt zu? Aber ansonsten, nimm wahr, dass zu einem Thema, meine Freundin sagt die Teilnahme an einem Seminar ab, zwei Möglichkeiten in mir wohnen dürfen, meine Meinung und meine Akzeptanz. Und darum geht es, nämlich dass man gleichzeitig beides anerkennen kann. Und darüber hinaus, dass man davon ausgeht, der andere hat doch selbst einen Kopf und ein Herz. Also sowohl mein Gegenüber, Freundin, die das Seminar absackt, als auch mein Gegenüber, das weiterhin Fleisch essen möchte, der kann doch ich nicht mich erheben und sagen, ich weiß es aber besser, ich würde es aber anders machen. Und drum ist es falsch, was du machst. Im Gegenteil, es geht nicht um falsch oder richtig, sondern mein Gegenüber hat genauso wie ich ganz gleichwertig. Seine eigenen Gefühle, seine eigenen Gefühle, seine eigene Erfahrung, sein eigenes Wissen und in der Summe dieser Einzelteile hat es zu der aktuellen Entscheidung geführt. Und die darf man einfach mal annehmen, weil nochmal, es geht nicht um richtig oder falsch. Ich hoffe, ich kann dir beipulen, wie ich es meine, weil es ist möglicherweise ein ganz feiner Unterschied. Gleichzeitig bin ich mir sicher, wenn du dich mit Menschen austauschst, gerade wo nicht auf beiden Seiten das Smiley mit einem Lächeln ist, dass es dir das wirklich leichter macht, die Situation für dich wahrzunehmen und gleichzeitig friedvoll zu handeln. Da geht es nämlich darum. Idealerweise nicht Missverständnisse klären, sondern gar nicht entstehen lassen. Nicht, weil wir strickstrümpfig unseren Namen tanzen sollen, sondern im Gegenteil. Wer mich ansatzweise kennt, weiß, mir geht es um Bodenständigkeit, um Lösungsorientierung und dass man mit all dem handlungsfähig für sein Leben ist. Und zwar, damit man Sinn, Spaß und Spirit in Fülle erleben kann. Und das ist echt gut möglich. Demzufolge, erkenne für dich diesen Unterschied und beobachte dich, wie du mit diesem Unterschied umgehst. Auch manchmal vielleicht andere, wo du zuhörst. Du bist in einem Meeting, keine Ahnung, du bist einkaufen und du hörst mal zwei anderen zu und merkst, ah, da wäre jetzt schön, wenn sie erkennen würden, dass der eine über seine Meinung spricht, aber eben zum Beispiel nicht akzeptiert, dass der andere eine andere Meinung hat. Weil das ist ja klar, dass genau dann eben die Kämpfe entstehen. Ja, und was ich einfach auch immer noch zusätzlich wichtig finde, neben dem Erkennen, sich selbst beobachten, wie viel macht das mit einem, wie oft macht man das, wie machen es andere, wie macht man es mit anderen, finde ich einfach auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass du auf deine Kommentare insgesamt dann auch achtest. Weil das eine ist was, was man innenseitig macht, aber das andere ist dann, was man ausseitig tut. Und ich mag es so gern von dem Film Bambi, der übrigens in den nächsten zwei Wochen irgendwann auf Disney Channel auch wieder kommt, Bambi. Und da sagt der kleine Klopfer irgendwann, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, halte den Mund. Und das wünsche ich mir echt mehr. Ich habe vor kurzem bei Nuoviso TV ein Interview führen dürfen. Also ich bin interviewt worden von KTV für Frauenraum. Und es hat natürlich einen ganz, ganz spannenden Titel. Wie dämlich sind wir eigentlich? Frauen auf dem Weg zur Klarheit. Weißt du, wenn ich da die Kommentare lese, da sind wir nicht mal mehr bei Meinung, da sind wir auch nicht bei Toleranz oder Akzeptanz, da sind wir bei Vorurteilen und Übergriffigkeit. Wahrscheinlich haben die Menschen, die da dazugeschrieben haben, nicht mal die guten 50 Minuten angehört, sich besonnen, was macht für sie persönlich Sinn, was nicht, um es dann einfach a la love it, change it or leave it in ihr Leben zu übernehmen. Sondern da kommen Kommentare raus, wo ich mir echt denke, dieser Podcast wäre für euch alle echt hilfreich. Wobei, wahrscheinlich macht das gar keinen Sinn, weil wer so drauf ist, das hast du sicher auch schon erlebt, der ist einfach so, der will ja gar nichts verändern, der will ja einfach nur meckern. Dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich wie der kleine Klopfer ein feines, dickes Fell aneignet. Ich weiß, dass das für die hochsensiblen Menschen dickes Fell aneignen, wäre das mal ein Wunsch-Podcast, ein Themen-Podcast. Muss ich gleich mal kurz notieren. Ein Aspekt. Ja, und was gibt es denn sonst noch, was wichtig ist? Es gibt bald die Österreich-Tour von mir. Schon im November. Also wenn du zufällig und noch besser absichtlich in der Nähe von March Trink, Mitter's Ill und oder Lienz bist, dann komm zu meiner Tour und es gibt da einen Vortrag und einen Heilerabend. Und darüber hinaus gibt es auch noch Einzelheilbehandlungen. Und wem das noch nicht genug ist oder wer im November nicht kann, der sollte aus meiner Sicht wirklich im Januar zum Jahresanfang zu den Healing Days kommen. Auch in Österreich. Auch da habe ich wieder einen Vortrag. Dann habe ich aber einen Workshop. Neben all den anderen wundervollen Experten. Wir haben unter anderem zum Abschluss auch eine gemeinsame Heilsitzung von allen Heilern, die da sind. Und auch da gibt es Einzelheilbehandlungen von mir. Und wo findest du das alles? Das findest du auf meiner Homepage www.manuela-starkmann.com unter Events. Und da gibt es übrigens, solltest du in der Nähe von Rotenburg sein, im Dezember und im Januar wieder zwei kurze Events. Nämlich einmal was über die Raunächte. Da habe ich mir überlegt, da mache ich dann sogar Teil 1 und Teil 2, Dezember, für die Raunächte, Januar, um zu gucken, wie war es und was will man noch anpassen. Weißt du, die Leute machen sich immer so viele Ziele und Vorsätze und sind dann enttäuscht, dass das nicht klappt. Und mithilfe der Raunächte und eben auch diesen, ja, wie eine Leitplanke, wie ein Gerüst, dieses links und rechts, dieses Dezember und Januar begleiten, das denke ich, ist sehr schön für die Menschen. Und wir haben dann auch Ende Januar noch mal einen Power-Nachmittag über Hochsensibilität. Das findest du übrigens dann auch natürlich im Shop. Ich habe nämlich einen neuen Shop. Ich bin nicht mehr bei Digistore. Ich habe meinen eigenen Shop. Das fühlt sich sehr, sehr schön an, die Sachen bei mir zu haben. Da findest du die Bücher oder auch zum Beispiel den Link, falls es dich gerade, weil eben auch vorhin von mir über vegan gesprochen wurde, der Link zum Buch von Christian Wenzel, wo ich Mitautor bin, über Vegan Transformation, also die vegane Veränderung. Ist ein kostenloses Buch, im Gegensatz zum einen. Da kannst du dir einfach etwas schicken lassen. Ist übrigens vielleicht eh alles eine tolle Idee als Geschenk für Weihnachten. Und da noch mal auch zurück. Geh mal ab und an auf die Eventseite. Wir planen gerade Weihnachten, eine Weihnachtsüberraschung. Das kommt dann im Podcast, im Newsletter, im Social Media. Aber wenn du aktiv selbst einfach noch ab und zu auf meine Seite schaust, manuelastarkmann.com, dann hast du es gegebenenfalls noch schneller. Ja. Habe ich noch was? Erkenne den Unterschied von was ist deine persönliche Meinung? Wie findest du etwas? Und du darfst es finden, wie du möchtest. Ein Smiley, der lächelt und ein Smiley, der die Mundwinkel nach unten zieht. Und erkenne, dass dieselbe Sache in dir im Bereich tolerieren, akzeptieren, was ganz anderes auslösen kann und komm damit in Frieden. Wie gesagt, mein Beispiel, ich finde es schade, dass meine Herzensschwester sich abmeldet und ich toleriere das auch nicht. Da habe ich ein Problem. Weil ich vielleicht einfach nur in diesem einen drin stehe. Und darum sind beide Seiten der Medaille so wichtig, um dann eben auch zu erkennen, was macht es mit einem? Weil es wird ganz sicher Gefühle in dir und auch Worte und Handlungen nach außen verändern. Du wirst gelassener werden. Du wirst merken, dass es ist eine Münze und dennoch ist es möglich, dass sie zwei Seiten hat. Also sie hat immer zwei Seiten. Nur es wird einfach, wenn die eigene Meinung ein lächelnder Smiley ist und die Akzeptanzen lächeln das Smiley. Dir darf zwei Seiten haben. Und demzufolge vertrau auf deine innere Weisheit. Ja. Und dass du diesen Unterschied erkennen und leben wirst und wie sehr dieser Unterschied dann dein Leben verändern wird. Ich wünsche dir alles Liebe, Gesundheit und Frieden. Dein Guide und Healer Manuela Starkmann Lebe deine Klarheit. Lebe deine Klarheit.